Ich möchte gerne Informationen, die man aus erster Hand bekommt, weiterleiten. An meine Bewohner, an die Hartzwieser Werke möchte ich sie gerne weiterleiten, dass alle diese Informationen bekommen, die ich hier bekomme. Zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz, das BNI, Gesamtplanverfahren, dass die Leute wissen, wie man sich dort anmelden muss, wie das alles so von der Reihe geht. Ich weiß nicht, ob ich gefragt werde, aber ich kann ihnen helfen, wie sie es machen könnten. Da ich die Unterlagen ja meistens zur Hand habe, indem ich meinen Mund aufmache und was sage. Mein Lieblingsthema ist tatsächlich BNI, das Bundesteilhabegesetz. Es ist ein trockenes Thema, aber es ist mega spannend, mega interessant. Darum mache ich sowas gerne. Also ich bin in einem BNI-Projekt, das macht die Caritas, die Uni Hannover und der Landesverband Erlebenshilfe. Und da versuchen wir diesen BNI-Fragebogen in leichterer Sprache zu machen, sodass man die Fragen einfacher und leichter versteht. Weil es Menschen gibt, die das nicht verstehen, was die eigentlich wollen. Und darum sind wir da, um denen zu helfen und das einfach in leichter Sprache zu machen. Ich selber kann am besten von mir sprechen. Gemeinsam sind wir stark und wir können gemeinsam was schaffen. Also alle anfassen und alle mithelfen.